Grüß Gott und willkommen zu Konrad Seidls Tier der Woche. Das ist ein Känguru. Konrad Seidls Bier der Woche ist das Ond aus der Brauerei BeWog. Tier der Woche habe ich deswegen gewählt, weil wir das Bier der Woche immer aus dem Känguru-Pub bringen und das Ond habe ich gewählt, weil es ein ganz neues Bier aus einer ganz neuen Brauerei in Bad Radkersburg ist. Wenn man sich das Etikett von diesem Bier anschaut, da ist ein Fantasietier drauf. Es ist irgendwie sowas wie eine Krake oder ein Oktopus und da raucht eine Pfeife, man sieht das ganz klein da drauf. Das ist ein Hinweis, dass es sich hier um ein Rauchbier handelt, allerdings um ein ganz besonderes. Es ist ein Smoked Porter, also ein Porter-Bier mit Rauchmalz gebraut. Das Schöne daran ist, also die Farbe ist aber sensationell, fast schwarz, der Schaum ganz, ganz kräftig und es hat so dieses Erfrischende, das ich immer in der Nase finde bei Porter-Bieren, obergärigen dunklen Bieren mit einer leichten Röstnote. In diesem Fall, weil hier auch Rauchmalz mit verbraut ist, auch eben ein bisschen eine Rauchnote, aber eben nicht zu stark. Gerade so, dass man sagt, ich spüre, dass da auch gerauchtes Malz dabei ist aus der Milzerei Weihermann in Bamberg. In der Nase ganz leicht, vielleicht auch ein Ton von Selchfleisch. Es ist ja der gleiche Prozess, das Malz wird genauso wie ein geselchtes Fleisch über einem Buchenholzrauch üblicherweise geräuchert. Und wenn man antrinkt, genau diese Balance leicht erfrischend. Bortabier hat immer ein bisschen auch einen leicht säuerlichen Charakter, aber nicht auftrinkt. Genauso, weil es erfrischend ist. Und dann kommen hinten schön im Nachtrunk diese herben Aromen, die durch die Röstmalze und durch die Rauchmalze kommen. Was wünscht man sich dazu? Natürlich, das ist genau das Bier, das wirklich gut funktioniert. Mit einem schönen Steak. Das gut funktioniert mit allen möglichen, auch Rauchfleisch, Speck, Lardo. Also alle die Dinge, die uns fleischigen, fetten Geschmack bringen. Aber natürlich könnte das auch gut mit einer Schokolade gehen. Und wenn man sehr, sehr mutig ist, kann ich mir dazu auch fruchtige Dinge vorstellen. Zum Beispiel da etwas mit Erdbeeren. Da wäre eine sehr, sehr schöne Balance dazu. Aber ich trinke es, weil es erfrischend ist, auch gerne so wie es ist. Dafür, dass es über 6% Alkohol hat, wirkt es sehr, sehr leicht. Man trinkt gerne davon und freut sich, wenn eine Brauerei in Österreich aufmacht, die ein klassisches Porter braut mit einem leichten slowenischen Twist. Herzlichen Prost!